Holz. Holz? Das war ein schönes Wort für die neue Folge Left 4 Dead. Heute geht es um Holz. Oder Holz. Es gibt viele Arten von Holz. Es gibt dickes Holz, es gibt dünnes Holz, es gibt rundes Holz. Es gibt auch gemasertes Holz. Hunter? Aber auch sehr glattes Holz. Auf jeden Fall ist da ein Spitter. Lass uns durchs Büro gehen! Ah, ich will den Krieg nicht über den Spitter gehen. Hier kann übrigens auch gleich am Anfang ein Tank kommen. Ich wollte es nicht mal gesagt haben. So viel Tank sind denn diese? Und, Tank? Noch nicht. Guck mal, den Headshot habe ich gemacht. Oh, schön. Ach, hier liegt wieder eine Gitarre. Die kann ich praktisch nicht verpassen. Entschuldigung. Der war so direkt hinter dir. Dankeschön. Ja, aber danke für die Mühe, mich zu retten. Dankeschön. Erstmal abgeschossen. Oh, jetzt erst mal ein Käppchen. Einen Dunnen-Kaffee. Oder einen Drink. Will jemand einen Coat drink? Rich? Ernsthaft? Ja, das kann auch sein. Wo ist die Rich? Ich bin... Äh, ich glaube hier hinter der Tür. Ganz ehrlich, wir haben diese Folge noch nicht gefailt wirklich, ja? Wir kommen hier so entspannt durch. Gott ist übrigens tot. Also, ich habe schon gefailt. Wie? Ja, ich bin jetzt einmal gestorben, aber wir haben noch keinen... Ich hasse Kunst. Kunst ist furchtbar. Ah! Oh, guck mal, ich kann das Bild durch die ganze Gegend schießen. Ja. Ich glaube, ich bringe das mit in den Safe room. Warte. Welches? Welches Bild? Hier ist nicht mein Bild. Ich schieße grad auf'n Zombie. Ne, bei mir ist hier ein Bild. Ich weiß, dass ihr das nicht seht. Nein. Iron Chris Computer waren auch nicht da. Doch, sie waren da, aber... Lass mal lieber Koffer mitnehmen, da ist bestimmt irgendwas Interessantes drin. Unterhosen oder so. Oh, interessant. Oh, die Bitch! Wie war das? Du wolltest nicht mehr so weit vorrennen. Ja. Ich hab's verkackt. Ich dachte, es wäre ein normale Zombie da einfach raufgehalten. Oh, Mist. Danke, Louis. Sorry, da ist ein Boomer irgendwo. Ja, ja. Ja, ja. Oh, da ist noch was drin. Wahrscheinlich hier im Klo oder so. Hier gibt's Waffen. Deckung, bitte! Will jemand auf'n Klo? Hier ist sogar noch Toilettenpapier. Drei Rollen. Boah, da kann man ja richtig ne Party mitschmeißen. Kommt auf die Party an. Oh, diese Büros sind auch richtig schön, ne? Hier liegt ein Paddel. Ich würde auch super gerne drin arbeiten. Paddel? Das nehm ich mit. Mein Studentenpaddel. Ich bin ein Error. Oh, und Laservisiere. Geil. Ich habe das Paddel ja in der Aufnahme gezeigt, die ich leider gelöscht habe. Nein. Deswegen kann man sich das jetzt nochmal schön angucken mit Farbe. No Joking, no Spitting, no Smoking. Das Delta... Schlag mal zu kurz. Mach mal einen Schlag. Ach, schade. Ich dachte, mein Mod würde auch auf dich übergehen. Na, Gott sei Dank nicht. Nicht, dass es ansteckend ist. Hier ist ein Militär... Äh, Hunter. Hunter. Rechts. Da ist er. Boomer! Nein! Boomer! Boomer! Hab ihn! Äh, ich glaube... Ja, da kommt es noch mit Mensch. Meist mal die Kanister runter. Da kommt schon wieder ein Event. Ja, unglaublich, ne? Ein Event folgt das nicht. Folgt, folgt, folgt. Ist, ja. Ich hofff. also hier ist es noch irgendein Special Impactz-Modern. Kann ich aber nicht genau viel machen. Ich glaub dir kommen gleich von einen. Ah ihr seid schon alle unten. Soll ein Glücksspelchen sein. das wäre wunderbar 60 prozent wie geil es ist doch so klar ich habe sie wird gestartet ach es ja nur menschen was ich habe noch zu feiern feier ist brand moni und ich habe ein jockey so hat man leider keinen schritt mehr gehabt ja ich bin gerade verzweifelt dabei zu überleben aber ich habe kaum noch moni ja hier ist brand munition gibt hier noch mal ein magazin ich krieg euch alle zu tode er hört mir nicht zu oder ich komme gerade nicht mal ich hänge hier zwischen zombies muss ich sagen du hast gesagt du legst da ein magazin brand munition ja genau das ist hier ja da kam aber ich nicht hin weil ich gerade beschäftigt damit war zu überleben was denn hast du etwas leckeres gefunden hast du ja super geworfen soll er vorher gesagt hat aber auch noch die doch bevor ich gebrauchen hast wie die ich glaube hier wird jemand beim telefonieren erschrocken ja ziemlich voll unhöflich beim telefonieren stört man nicht hier ist noch ein boomer irgendwo ja ich höre den auch deckung bitte und ich habe nur eine nahkampfwaffe ich habe ihn er hat mich angekotzt nein kommt doch kommt doch mal einfach rauf ja ich kann ein bisschen was sehen das reicht mir ich hasse das mit dem boomer wo bist du überhaupt ich wollte gerade fragen hat da jemand ein pömpel auf mir geworfen ein was oh schuldigung louis so wir müssen jetzt hier aufs gepäckband 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 ist das nicht automatisch wenn hier ein tank kommt sind wir am arsch kann das sein ein bisschen ich glaube nicht dass hier ein tank kommt hm ich bin ein echter gangster ich bin ein echter gangster ich glaube nicht dass hier ein tank kommt oh tank was ja ernsthaft nein noch nicht aber es wäre witzig in anführungszeichen ja nee ganz offiziell eine spritze ah da kann ich den großen roten error wegwerfen ist da unten noch irgendwas an coolen dingen ja ein error nö eigentlich nicht nur ein error damit kannst du Leute klicken und dann zerplatzen ihre köpfe ja aber ich glaube das mache ich nicht weil dann sehe ich bestimmt nichts mehr außer ein rotes error nee du siehst gar nichts also du siehst noch nicht mal das was in der hand hast ja aber das ist so ein gigantisches error ding das sehe ich bestimmt nein das siehst du nicht du siehst oben nur ich wenn keiner die gitarre dabei hat ist aber alles in ordnung oder ja dann dann ist alles super aber die gitarre das ist da hinten zum beispiel hier genau hier in dem raum ist zum beispiel eine gitarre da leuchtet so ein riesenrotes error ding auf das ist total großartig das ist so groß und so breit wie ihr hoch seid mhm und wenn du es an hast steht einfach über dir so error ist hier irgendwie schon wieder eine witch ist hier irgendwas tolles drin ne nö ist wahrscheinlich nicht von wo kommt wo müssen wir denn da waren wir nicht schon hier waren wir doch schon oder nicht hä ich hab mich grad verlaufen ich hab mich auch verlaufen es wird ok ich hab auch für diese Schrotflinte eine neue Skin und so wie es sich anhört auch meine Skin ist dafür weg meine Skin ist dafür weg das knallt ordentlich oh ich hab keine Muni mehr ja da oben liegt eine Schrotflinte ja wo bei meinem gewehr zum beispiel ist es leider leer oben hier liegt noch mein sturmgewehr irgendwo ähm die mag ich nicht, hinten kommen sie auch noch hast du die? ah dann nehm ich nack einfach weil vielleicht finden wir ja demnächst Muni Jockey Entschuldigung genau Francis du Affe ich mag Adrenalin ja nicht lieber Tank jetzt aber ja toll ernsthaft und du hast auch noch das Event ausgelöst Was? Wie? Hä? Tank? Was? Wir sind am Arsch Scheiße ich muss mir ganz schnell ne neue Waffe holen Wie was? Tank Event Was? Ja das hier ist so ein Metalldetektor wenn du da durchstehst Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet Ah Alter ich bin tot Ich bin auch down Ich lade gerade nach Ewigkeiten Der Tank ist down Der Tank ist down Jetzt helft uns schnell auf Hä? Was? Und jetzt müssen wir gleich richtig laufen Ladet die Waffe schnell nach Mhm Okay das wird eng Das wird richtig eng Okay Dann mal Ich heil mich auch nochmal kurz Äh Ich kann mich gar nicht heilen Ich hab nur Pillen gehabt Ich weiß noch nicht mal wo wir hin müssen Aber Nein Ich hab wieder Nein Das haben wir jetzt einmal richtig verkackt Ich wusste noch nicht mehr das Event kommt Sorry Ich dachte du bist da durch Ich hab nur gehört Tank plötzlich und wollte dann da weg Entschuldigt aber hier muss man durchlaufen Ja lauft einfach Lauf einfach Ich weiß nicht wo du bist Deswegen versuche ich mal mein bestes Ich lauf aber nicht mehr dran Ich lauf mal mit Nein ich hab den Boomer Lauf weiter Ich hab den Boomer dann könntest du es schaffen Ja ich seh mal selber von der Tür Es sind keine zombies zwischen mir Lauf ja sie sind auch alle auf mir Weil ich Boomer kotz abbekommen habe So Ey ich bin auch noch da Ja wenn du kommst mach ich die Tür auf Bin da Ups Komm rein Okay ich bin tot gleich Ich heil mich mal ganz schnell Nehm noch ein paar von denen Keiner mit Keiner mit Okay sorry ne Aber Komm wir müssen uns noch Louis erschießen Alter Ich wusste nicht dass da die Weltkolle Wusste Louis? Oh oh tag schnell weg ich bin tot Louis war bei mir noch Ja er ist schon down Da hinten ist er Ja Soll ich hinrennen und den holen Wenn ich alleine die Folge überleben soll ja Ich mach eben schnell und hol den Nein da kommt ein Splitter Kannst du knicken Louis Sorry Louis Louis ist auch tot Zoe komm rein Ja 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 Alter Vater Fulminant Freunde Fulminant Ich dachte echt so Scheiße Tag weg hier Ich dachte er kommt von hinten Und plötzlich geht da der Alarm los Ich denk mir so Oh was ist los was ist los Alter Was hat mich voll überfordert Hallo Ach guck mal Nasdael hat Wort gehalten Er hat die Witch nur einmal angeschossen Steht hier noch irgendwas nettes zum lesen oder so? Mir gehts erstaunlich gut Das Wetter ist schön Das ist die letzte Karte Wir sehen uns dann also demnächst wieder Und beenden diese Kampagne Rucki zucki Ich hab Hunger Bis dann Tschüss